Guten Tag. Mein Name ist Thomas Müller und das ist meine Kollegin, Sarah Herrmann. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Wir fangen an mit der Vorstellung. Würden Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Lisa Schmidt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin seit vier Jahren in Deutschland und komme aus London. Mein Name ist Lisa Schmidt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin seit vier Jahren in Deutschland und komme aus London. Jetzt wohne ich in Bonn mit meiner Familie. Ich habe drei Kinder. Meine Kinder gehen zur Schule und in die Kita. Jetzt wohne ich in Bonn mit meiner Familie. Ich habe drei Kinder. Meine Kinder gehen zur Schule und in die Kita. Ich bin Hausfrau von Beruf und kümmere mich um meine Familie. Ich bin Hausfrau von Beruf und kümmere mich um meine Familie. Ich möchte auch gerne meinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen, denn manchmal ist nicht leicht für sie wegen der neuen Sprache. Ich möchte auch gerne meinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen, denn manchmal ist nicht leicht für sie wegen der neuen Sprache. Ich besuche auch noch einen Deutschkurs, weil mein Deutsch verbessern möchte. Am Wochenende bleibt mein Mann bei den Kindern, und so kann ich noch besser Deutsch lernen. Das macht sehr viel Spaß. Meine Hobbys sind Lesen und Kochen und Kochen. Außerdem mache ich auch Yoga. Ich gehe auch sehr gerne in den Garten und mache gerne Sport und höre Musik. Sie haben gesagt, dass Sie gerne kochen. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, gern. Normalerweise koche ich jeden Tag. Aber manchmal gehe ich mit meiner Familie ins Restaurant. Benutzen Sie gerne den Computer? Ja, ich benutze den Computer gerne, um im Internet zu surfen, und auch um Filme zu gucken. Manchmal benutze ich den Computer zum Einkaufen im Internet. Ja, ich benutze den Computer gerne, um im Internet zu surfen, und auch um Filme zu gucken. Und Mike, bitte, erzählen Sie uns etwas über sich? Guten Tag. Mein Name ist Mike Allison. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Amerika. Aus Washington. Ich lebe seit fünf Jahren in Berlin. Ich bin verheiratet. Meine Frau ist Deutsche. Wir haben noch keine Kinder. Ich bin verheiratet. Meine Frau ist Deutsche. Wir haben noch keine Kinder. Zur Zeit, besuche ich einen Deutschkurs. Und vor ein paar Wochen, habe ich die DTZ-Prüfung absolviert. Zur Zeit, besuche ich einen Deutschkurs. Und vor ein paar Wochen, habe ich die DTZ-Prüfung absolviert. Meine Frau ist Lehrerin. Sie arbeitet an einer Grundschule. Meine Frau ist Lehrerin. Sie arbeitet an einer Grundschule. Ich interessiere mich für Fremdsprachen. Ich spreche Englisch, Deutsch, und ein bisschen Französisch. Meine Hobbys sind Briefmarken sammeln, Filme gucken, und Tischtennis. Sie haben gesagt, dass Sie in Berlin wohnen. Was gefällt Ihnen dort? Können Sie uns ein bisschen mehr erzählen? Ja, natürlich. Berlin gefällt mir sehr gut. Es gibt sehr viele Geschäfte, Schulen, und Kindergarten. In der Nähe von meiner Wohnung, ist auch ein Park. Da, gehe ich manchmal mit meiner Frau spazieren. Oder spiele mit meinen Freunden Fußball. In der Nähe von meiner Wohnung, ist auch ein Park. Da, gehe ich manchmal mit meiner Frau spazieren. Oder spiele mit meinen Freunden Fußball. Aber was ich nicht so gefällt, ist der Lärm. Ich wohne in einer Hauptstraße, und es ist immer sehr laut, weil es dort viel Verkehr gibt. Aber was ich nicht so gefällt, ist der Lärm. Ich wohne in einer Hauptstraße, und es ist immer sehr laut, weil es dort viel Verkehr gibt. Mein Name ist Carina Schneider. Ich bin 33 Jahre alt, und in Ungarn geboren. In der Hauptstadt Budapest. Dort, habe ich IT studiert. Mein Name ist Carina Schneider. Ich bin 33 Jahre alt, und in Ungarn geboren. In der Hauptstadt Budapest. Dort, habe ich IT studiert. Ich lebe jetzt seit ungefähr vier Jahren in der Nähe von Köln. Köln ist eine wunderbare Stadt. Ich bin sehr glücklich hier. Ich lebe jetzt seit ungefähr vier Jahren in der Nähe von Köln. Köln ist eine wunderbare Stadt. Ich bin sehr glücklich hier. Ich arbeite am Wochenende, als Verkäuferin. Und unter der Woche, besuche ich den Integration-Kurs. Ich möchte sehr schnell gut Deutsch lernen, und gerne in meinem Beruf arbeiten. Ich bin verheiratet, und habe zwei Kinder, einen Junge, und ein Mädchen. Mein Mann arbeitet als Automechaniker. Ich bin verheiratet, und habe zwei Kinder, einen Junge, und ein Mädchen. Mein Mann arbeitet als Automechaniker. Ich spreche Ungarisch, Englisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. An den Wochenenden, bin ich meistens mit Freunden unterwegs. Dann gehen wir ins Kino, oder treffen uns einfach zum Reden und Essen. Unter der Woche, lese ich abends oft ein bisschen, oder ich mache eine kleine Tour auf dem Rennrad. Guten Tag. Mein Name ist Klaus Müller, und das ist meine Kollegin, Lisa Herrmann. Mein Name ist Sarah Ahmed. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus dem Iran, aus Teheran. Teheran ist die Hauptstadt des Iran. Da habe ich gewohnt, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Das war vor 18 Monaten. Teheran ist die Hauptstadt des Iran. Da habe ich gewohnt, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Das war vor 18 Monaten. Ich bin verheiratet, und habe einen Sohn. Mein Mann ist noch im Iran. Aber vielleicht kommt er bald. Mein Sohn ist fünf Jahre alt. Er geht morgens in den Kindergarten. Der Kindergarten ist nicht weit von unserer Wohnung entfernt. Mein Sohn ist fünf Jahre alt. Mein Sohn ist fünf Jahre alt. Er geht morgens in den Kindergarten. Der Kindergarten ist nicht weit von unserer Wohnung entfernt. Ich bin von Beruf Grundschullehrerin, aber hier kann ich leider nicht in der Schule arbeiten. Vielleicht kann ich später in einem Kindergarten arbeiten. Ich bin von Beruf Grundschullehrerin, aber hier kann ich leider nicht in der Schule arbeiten. Vielleicht kann ich später in einem Kindergarten arbeiten. Jetzt habe ich am Abend einen Job als Kellnerin in einem Restaurant. Jetzt habe ich am Abend einen Job als Kellnerin in einem Restaurant. Ich spreche natürlich Persisch. Das ist ja meine Muttersprache. Ich spreche auch ein bisschen Arabisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Ich spreche natürlich Persisch. Das ist ja meine Muttersprache. Ich spreche auch ein bisschen Arabisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Hobbys sind Kochen, Musik hören, und Deutsch lernen. Haben Sie schon Pläne, was Sie nach diesem Kurs machen wollen? Ich möchte noch besser Deutsch lernen, weil ich mich um einen Arbeitsplatz im Kindergarten bewerben will. Ich möchte noch besser Deutsch lernen, weil ich mich um einen Arbeitsplatz im Kindergarten bewerben will. Ich würde gerne in Berlin arbeiten, aber dafür brauche ich das C1-Zertifikat. Ihr Sohn geht in den Kindergarten. Was finden Sie dort gut? Was gefällt Ihnen weniger? Ihr Sohn geht in den Kindergarten. Was finden Sie dort gut? Was gefällt Ihnen weniger? Mein Sohn geht in den öffentlichen Kindergarten. Da sind sehr viele Kinder. Die Gruppen sind so groß, finde ich. Mein Sohn geht in den öffentlichen Kindergarten. Da sind sehr viele Kinder. Die Gruppen sind so groß, finde ich. Sie haben einen schönen Garten. Wenn das Wetter gut ist, spielen die Kinder draußen. Sie haben einen schönen Garten. Wenn das Wetter gut ist, spielen die Kinder draußen. Mein Sohn geht gern in den Kindergarten, weil er dort neue Freunde gefunden hat. Und Gabriel, bitte, erzählen Sie uns etwas über sich? Mein Name ist Gabriel Santos. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Brasilien, aus Manzio Lima. Mein Name ist Gabriel Santos. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Brasilien, aus Manzio Lima. Manzio Lima ist eine kleine Stadt im Westen von Brasilien. Dort leben nur ca. 18.000 Menschen. Manzio Lima ist eine kleine Stadt im Westen von Brasilien. Dort leben nur ca. 18.000 Menschen. Ich bin vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Jetzt wohne ich mit meinen Freunden in einer WG in Berlin-Reinickendorf. Ich bin vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Jetzt wohne ich mit meinen Freunden in einer WG in Berlin-Reinickendorf. Ich habe noch keinen Beruf, weil ich erst 20 Jahre alt bin. Ich muss zuerst noch die Schule beenden. Ich habe noch keinen Beruf, weil ich erst 20 Jahre alt bin. Ich muss zuerst noch die Schule beenden. Ich bin nicht verheiratet, und habe keine Kinder. Später möchte ich aber gerne heiraten, und auch zwei bis drei Kinder haben. Das hat aber noch Zeit. Meine Muttersprache ist Portugiesisch. Ich spreche aber auch Spanisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Muttersprache ist Portugiesisch. Ich spreche aber auch Spanisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Hobbys sind Fahrradfahren, Fußballspielen, und mit meinen Freunden am Wochenende ins Kino gehen. Meine Hobbys sind Fahrradfahren, Fußballspielen, und mit meinen Freunden am Wochenende ins Kino gehen. Ich würde gerne in Berlin studieren, aber dafür brauche ich das C1-Zertifikat. In Deutschland habe ich Deutsch im Integrationskurs gelernt. Anfangs war das sehr schwer. Ich würde gerne in Berlin studieren, aber dafür brauche ich das C1-Zertifikat. In Deutschland habe ich Deutsch im Integrationskurs gelernt. Anfangs war das sehr schwer. Jetzt besuche ich aber schon den B2-Kurs. Danach möchte ich gerne Sprachen studieren, und dann als Übersetzer arbeiten. Jetzt besuche ich aber schon den B2-Kurs. Danach möchte ich gerne Sprachen studieren, und dann als Übersetzer arbeiten. Ich lerne total gerne fremde Sprachen. Später möchte ich gerne Chinesisch lernen. Diese Sprache finde ich total interessant. Ich lerne total gerne fremde Sprachen. Später möchte ich gerne Chinesisch lernen. Diese Sprache finde ich total interessant. Guten Tag. Mein Name ist Klaus Müller, und das ist meine Kollegin Sarah Herrmann. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Wir fangen an mit der Vorstellung. Würden Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Anastasia Galkina. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin in Moskau, in Russland geboren. Mein Name ist Anastasia Galkina. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin in Moskau, in Russland geboren. Ich wohne seit 2018 in Berlin, in Spandau. Ich lebe mit meinen Kindern in einer Zweizimmerwohnung. Ich wohne seit 2018 in Berlin, in Spandau. Ich lebe mit meinen Kindern in einer Zweizimmerwohnung. Hier in Berlin habe ich Arbeit in einem Hotel gefunden. Ich helfe beim Frühstücksbuffet. Ich würde gerne eine Ausbildung zur Hotelkauffrau machen, und später an der Rezeption arbeiten. Hier in Berlin habe ich Arbeit in einem Hotel gefunden. Ich helfe beim Frühstücksbuffet. Ich würde gerne eine Ausbildung zur Hotelkauffrau machen, und später an der Rezeption arbeiten. Ich bin ledig. Ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist fünf Jahre alt, und mein Sohn zwei Jahre. Ich bin ledig. Ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist fünf Jahre alt, und mein Sohn zwei Jahre. Meine Muttersprache ist Russisch. Ich spreche ein bisschen Englisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Muttersprache ist Russisch. Ich spreche ein bisschen Englisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. In meiner Freizeit mache ich sehr viel mit meinen Kindern. Und ich mag es, Torten zu machen. In meiner Heimat habe ich mit meiner Mutter Kleider genäht und verkauft. Nähen macht mir Spaß, aber im Moment habe ich keine Zeit dazu. Sie haben gesagt, dass Sie in Berlin-Spandau wohnen. Wie gefällt Ihnen dort? Können Sie uns ein bisschen mehr erzählen? Sie haben gesagt, dass Sie in Berlin-Spandau wohnen. Wie gefällt Ihnen dort? Können Sie uns ein bisschen mehr erzählen? Berlin-Spandau Berlin ist eine sehr große Stadt, und eine sehr respektierende Stadt, weil sich hier die Leute respektieren. Ja, natürlich. Berlin ist eine sehr große Stadt, und eine sehr respektierende Stadt, weil sich hier die Leute respektieren. Und auch das Gesetz schützt alle Leute, egal welche Nationalität, egal welche Religion. Sie schützen dich mit dem Gesetz. Das ist in meinem Heimatland leider nicht so ganz. Und auch das Gesetz schützt alle Leute, egal welche Nationalität, egal welche Religion. Sie schützen dich mit dem Gesetz. Das ist in meinem Heimatland leider nicht so ganz. Es gibt in Berlin auch sehr viele Geschäfte, Schulen und Kindergarten. In der Nähe von meiner Wohnung ist auch ein Park. Da gehe ich manchmal mit meinen Kindern spazieren. Aber was sich nicht so gefällt, ist der Lärm. Ich wohne in einer Hauptstraße, und es ist immer sehr laut, weil es dort viel Verkehr gibt. Und Gamal, bitte. Erzählen Sie uns etwas über sich? Mein Name ist Gamal Karaman. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei, aus Ankara. Mein Name ist Gamal Karaman. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei, aus Ankara. Ich bin in der Türkei geboren. Aber ich lebe seit vier Jahren in Deutschland, in Berlin. Ich bin in der Türkei geboren. Aber ich lebe seit vier Jahren in Deutschland, in Berlin. Jetzt wohne ich mit meiner Familie in einer Dreizimmerwohnung in Berlin, in Reinickendorf. Jetzt wohne ich mit meiner Familie in einer Dreizimmerwohnung in Berlin, in Reinickendorf. Ich bin Lehrer von Beruf. Als ich in der Türkei war, habe ich vier Jahre Soziologie studiert. Ich bin Lehrer von Beruf. Als ich in der Türkei war, habe ich vier Jahre Soziologie studiert. Ich möchte hier mein Deutsch verbessern, weil ich Weiterbildung möchte. Ich möchte gern Berater werden. Ich habe Lust mit Menschen zu arbeiten. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Meine Tochter ist acht Jahre alt. Und mein Sohn ist fünf Jahre alt. Meine Muttersprache ist Türkisch. Ich kann Deutsch und Englisch sprechen. Aber ich spreche Deutsch besser als Englisch. Meine Muttersprache ist Türkisch. Ich kann Deutsch und Englisch sprechen. Aber ich spreche Deutsch besser als Englisch. Ich habe vier Geschwister. Zwei Brüder und zwei Schwestern. Sie wohnen in der Türkei. Manchmal fühle ich mich hier einsam. Aber das macht mir Spaß, in Deutschland zu leben. Ich habe vier Geschwister. Zwei Brüder und zwei Schwestern. Sie wohnen in der Türkei. Manchmal fühle ich mich hier einsam. Aber das macht mir Spaß, in Deutschland zu leben. Ich bin hier irgendwie zufrieden. Ich finde, dass die Deutschen sehr nett und freundlich sind. Ich bin hier irgendwie zufrieden. Ich finde, dass die Deutschen sehr nett und freundlich sind. Meine Hobbys sind Schwimmen und Fahrradfahren. In meiner Freizeit spiele ich gerne Klavier oder mache Sport. Sie haben gesagt, dass Sie gerne Sport machen. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, gerne. Meine Gesundheit ist für mich sehr wichtig. Ich treibe dreimal pro Woche Sport. Das ist wichtig für mich, weil ich mich dann immer gesund fühle. Ja, gerne. Meine Gesundheit ist für mich sehr wichtig. Ich treibe dreimal pro Woche Sport. Ich glaube, dass sportliche Aktivität nicht nur Spaß macht, sondern auch viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden hat. Früher in der Türkei habe ich auch viel Fußball gespielt. Aber hier in Deutschland noch nicht. Später möchte ich gerne auch in Deutschland wieder Fußball spielen. Manchmal gehe ich auch noch in den Park joggen. Früher in der Türkei habe ich auch viel Fußball gespielt. Aber hier in Deutschland noch nicht. Später möchte ich gerne auch in Deutschland wieder Fußball spielen. Manchmal gehe ich auch noch in den Park joggen. Guten Tag. Mein Name ist Thomas Schmidt. Und das ist meine Kollegin Lisa Herrmann. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Wir fangen an mit der Vorstellung. Würden Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Sarah Ali. Ich bin 38 Jahre alt. Ich komme aus Syrien aus Aleppo, und bin in Aleppo geboren. Mein Name ist Sarah Ali. Ich bin 38 Jahre alt. Ich komme aus Syrien aus Aleppo, und bin in Aleppo geboren. Meine Stadt Aleppo liegt im Norden von Syrien. In Syrien gibt es viele Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Omajaden-Moschee. Meine Stadt Aleppo liegt im Norden von Syrien. In Syrien gibt es viele Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Omajaden-Moschee. Ich bin vor acht Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen wegen des Kriegs. Jetzt wohne ich mit meiner Familie in einer Dreizimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg. Ich bin vor acht Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen wegen des Kriegs. Jetzt wohne ich mit meiner Familie in einer Dreizimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg. Ich bin Lehrerin von Beruf. Ich habe in Syrien als Grundschullehrerin gearbeitet. Jetzt bin ich arbeitslos, weil ich einen Deutschkurs absolvieren muss. Ich bin Lehrerin von Beruf. Ich habe in Syrien als Grundschullehrerin gearbeitet. Jetzt bin ich arbeitslos, weil ich einen Deutschkurs absolvieren muss. Ich würde gerne eine Ausbildung zur Lehrerin machen, und später an einer Grundschule arbeiten. Seit neun Jahren bin ich verheiratet und habe drei Kinder. Meine Kinder sind noch klein. Meine Familie lebt auch hier. Ich habe zwei Geschwister. Einen Bruder arbeitet als Ingenieur, und eine Schwester arbeitet als Lehrerin. Meine Familie lebt auch hier. Ich habe zwei Geschwister. Einen Bruder arbeitet als Ingenieur, und eine Schwester arbeitet als Lehrerin. Zurzeit besucht mein Mann den Deutschkurs, und arbeitet 15 Stunden pro Woche als Automechaniker. Zurzeit besucht mein Mann den Deutschkurs, und arbeitet 15 Stunden pro Woche als Automechaniker. Meine Muttersprache ist Arabisch. Außerdem spreche ich noch ein bisschen Englisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Muttersprache ist Arabisch. Außerdem spreche ich noch ein bisschen Englisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Hobbys sind Buch lesen, Musik hören, und auch Kochen. In Syrien lesen Menschen weniger Bücher als in Deutschland. Wenn ich in Deutschland mit dem Bus oder mit dem Zug fahre, dann sehe ich, dass viele Leute ein Buch lesen. Meine Hobbys sind Buch lesen, Musik hören, und auch Kochen. In Syrien kochen Männer gerne in ihrem Land, oder nur die Frauen? In Syrien kochen Männer selten. Normalerweise kochen Frauen mehr als Männer. Aber im Restaurant oder im Hotel arbeiten viele Männer als Koch. In Syrien kochen Männer selten. Normalerweise kochen Frauen mehr als Männer. Aber im Restaurant oder im Hotel arbeiten viele Männer als Koch. Erzählen Sie bitte über die Gesundheitsversorgung in Ihrem Land. Die Gesundheitsversorgung in Syrien ist in öffentlichen Krankenhäusern sehr billig. Manchmal bezahlt der Patient nur ungefähr 1 Euro pro ein Besuch. Die Gesundheitsversorgung in Syrien ist in öffentlichen Krankenhäusern sehr billig. Manchmal bezahlt der Patient nur ungefähr 1 Euro pro ein Besuch. Außerdem brauchen Menschen in Syrien kein Rezept, um Medikamente zu kaufen. Wir können die Medizin direkt in der Apotheke kaufen. Aber in Deutschland brauchen Patienten ein Rezept, um Medizin zu bekommen. Außerdem brauchen Menschen in Syrien kein Rezept, um Medikamente zu kaufen. Wir können die Medizin direkt in der Apotheke kaufen. Aber in Deutschland brauchen Patienten ein Rezept, um Medizin zu bekommen. Und Perlo, bitte, erzählen Sie uns etwas über sich? Hallo! Mein Name ist Perlo Maldini. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Italien, aus Roma. Hallo! Mein Name ist Perlo Maldini. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Italien, aus Roma. Ich bin in Italien geboren, aber ich lebe seit zwei Jahren in Deutschland, genau in der schönen Stadt Köln. Jetzt wohne ich mit meiner Frau und meinen Kindern in einer Zweizimmerwohnung. Jetzt wohne ich mit meiner Frau und meinen Kindern in einer Zweizimmerwohnung. Ich habe in Italien IT studiert. Ich arbeite am Wochenende als Verkäufer, und unter der Woche besuche ich den Integration-Kurs. Ich möchte sehr schnell gut Deutsch lernen, und gerne in meinem Beruf arbeiten. Ich möchte sehr schnell gut Deutsch lernen, und gerne in meinem Beruf arbeiten. Wenn ich B1 bestehe, würde ich gerne eine Ausbildung zur Programmierer machen. Ich spreche natürlich Italienisch. Das ist ja meine Muttersprache. Außerdem spreche ich Englisch, und ein bisschen Spanisch. Ich spreche natürlich Italienisch. Das ist ja meine Muttersprache. Außerdem spreche ich Englisch, und ein bisschen Spanisch. Ich bin verheiratet, und habe zwei Kinder. Meine Tochter ist acht Jahre alt, und mein Sohn ist sechs Jahre alt. Ich bin verheiratet, und habe zwei Kinder. Meine Tochter ist acht Jahre alt, und mein Sohn ist sechs Jahre alt. Meine Hobbys sind Sport machen, und Fahrrad fahren. In meiner Freizeit gehe ich gerne mit meiner Familie ins Kino. Meine Hobbys sind Sport machen, und Fahrrad fahren. In meiner Freizeit gehe ich gerne mit meiner Familie ins Kino. Sie arbeiten als Verkäufer. Was sind Ihre Aufgaben? Ich arbeite bei Marco Supermarkt. Das ist ein Supermarkt liegt in der Nähe von zu Hause. Ich bin dort seit acht Monaten, aber ich habe viel gelernt. Ich arbeite bei Marco Supermarkt. Das ist ein Supermarkt liegt in der Nähe von zu Hause. Ich bin dort seit acht Monaten, aber ich habe viel gelernt. Im Moment bekomme ich Aufgaben wie Ausfüllen von Regalen. Ich muss den Lage kennenlernen. Ich möchte später aber auch gerne an der Kasse arbeiten können. Im Moment bekomme ich Aufgaben wie Ausfüllen von Regalen. Ich muss den Lage kennenlernen. Ich möchte später aber auch gerne an der Kasse arbeiten können. Guten Tag. Mein Name ist Klaus Neuer. Und das ist meine Kollegin Sarah Hoffmann. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Wir fangen an mit der Vorstellung. Würden Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Maria González. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Spanien . In meiner Stadt Madrid gibt es viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel Prado Museum, Königspalast und Santiago Bernabeu-Stadion. In meiner Stadt Madrid gibt es viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel Prado Museum, Königspalast und Santiago Bernabeu-Stadion. Vor drei Jahren bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Jetzt wohne ich mit meiner Familie in einer Zweizimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg. Vor drei Jahren bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Jetzt wohne ich mit meiner Familie in einer Zweizimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Ich habe in Spanien drei Jahren als Krankenschwester gearbeitet. Jetzt bin ich arbeitslos, weil ich einen Deutschkurs absolvieren muss. Ich würde gerne eine Ausbildung zur Krankenschwester machen und später in einem Krankenhaus arbeiten. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Einen Sohn und eine Tochter. Mein Sohn ist sieben Jahre alt. Er geht in die erste Klasse. Meine Tochter ist vier Jahre alt und geht in den Kindergarten. Mein Mann arbeitet als Ingenieur bei Siemens. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Einen Sohn und eine Tochter. Mein Sohn ist sieben Jahre alt. Er geht in die erste Klasse. Meine Tochter ist vier Jahre alt und geht in den Kindergarten. Mein Mann arbeitet als Ingenieur bei Siemens. Das ist eine gute Chance für seine Arbeit. Deshalb haben wir mit ihm nach Deutschland gekommen. Das Leben in Deutschland finde ich sehr schön. Meine Eltern wohnen in Madrid und ich besuche sie oft. Sie sind seit 30 Jahren verheiratet. Meine Mutter ist Ärztin von Beruf und mein Vater ist Lehrer. Ich habe drei Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester. Meine Muttersprache ist Spanisch. Meine Eltern wohnen in Madrid und ich besuche sie oft. Sie sind seit 30 Jahren verheiratet. Meine Mutter ist Ärztin von Beruf und mein Vater ist Lehrer. Ich habe drei Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester. Meine Muttersprache ist Spanisch. Ich spreche auch ein bisschen Italienisch und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Muttersprache ist Spanisch. Ich spreche auch ein bisschen Italienisch und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Hobbys sind Kochen, Musik hören und Deutsch lernen. In meiner Freizeit lese ich gerne ein Buch oder schaue mit meiner Familie fern. Meine Hobbys sind Kochen, Musik hören und Deutsch lernen. In meiner Freizeit lese ich gerne ein Buch oder schaue mit meiner Familie fern. Sie haben gesagt, dass Sie haben zwei Kinder. Können Sie noch etwas zu Ihren Kindern sagen? Ja, meine Kinder gehen hier in der Nähe von zu Hause zur Schule. Ich finde die Schule sehr gut und die Kinder lernen sehr viel dort. Und wird auch zum Glück darauf geachtet, dass sie noch mehr Deutsch lernen können und sie am Nachmittag viel Sport machen. Und Fadi, bitte, erzählen Sie uns etwas über sich? Hallo, mein Name ist Fadi Thoma. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus dem Irak, aus Bagdad. Bagdad ist die Hauptstadt des Iraks. Dort leben circa 9 Millionen Menschen. Hallo, mein Name ist Fadi Thoma. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus dem Irak, aus Bagdad. Bagdad ist die Hauptstadt des Iraks. Dort leben circa 9 Millionen Menschen. Ich bin im Irak geboren, lebe aber seit vier Jahren in Deutschland, in Frankfurt. Jetzt wohne ich mit meiner Frau und meinen Kindern in einer Dreizimmerwohnung. Ich war in meinem Heimatland Taxifahrer von Beruf. Jetzt bin ich arbeitslos, weil ich einen Deutschkurs absolvieren muss. Die deutsche Sprache finde ich faszinierend, aber ein bisschen schwer. Ich möchte sie aber beherrschen, damit ich eine gute Arbeit in Deutschland finden werde. Außerdem möchte ich viele Themen mit meinen Nachbarn diskutieren können. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Zwillinge Mädchen, sie sind sieben Jahre alt, und ein Sohn ist fünf Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Zwillinge Mädchen, sie sind sieben Jahre alt, und ein Sohn ist fünf Jahre alt. Meine Frau ist Altenpflegerin von Beruf. Momentan macht sie eine Ausbildung in einem Altenheim. Ich habe zwei Geschwister, einen Bruder arbeitet als Lehrer, und eine Schwester arbeitet als Verkäuferin. Meine Muttersprache ist Arabisch. Außerdem spreche ich ein bisschen Englisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Meine Hobbys sind Fußballspielen, Lesen, Musik hören, und Videospiele spielen. Am Wochenende gehe ich gerne mit meiner Familie ins Kino, oder wir essen in einem Restaurant. Meine Hobbys sind Fußballspielen, Lesen, Musik hören, und Videospiele spielen. Am Wochenende gehe ich gerne mit meiner Familie ins Kino, oder wir essen in einem Restaurant. Guten Tag, mein Name ist Thomas Neuer, und das ist meine Kollegin Lisa Hoffmann. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Wir fangen an mit der Vorstellung. Würden Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Sarah Akbulut. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei. Mein Name ist Sarah Akbulut. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei. Mit meiner Familie habe ich 20 Jahre lang in Reis gewohnt. Das ist eine große Stadt in der Türkei. Mit meiner Familie habe ich 20 Jahre lang in Reis gewohnt. Das ist eine große Stadt in der Türkei. Ich bin vor 4 Jahren mit meiner Familie aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Mit 26 Jahren habe ich meinen Mann Karim geheiratet. Mein Mann ist Ägypter. Wir haben uns hier in Deutschland kennengelernt. Wir haben einen Sohn. Unser Sohn heißt Samir. Er ist 5 Jahre alt und geht in den Kindergarten. Jetzt wohne ich mit meiner Familie in einer Zweizimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg. Ich bin Lehrerin von Beruf. Ich habe in der Türkei als Grundschullehrerin gearbeitet. Ich bin Lehrerin von Beruf. Ich habe in der Türkei als Grundschullehrerin gearbeitet. Jetzt bin ich arbeitslos, weil ich mich um meinen Sohn kümmern muss. Jetzt bin ich arbeitslos, weil ich mich um meinen Sohn kümmern muss. Außerdem muss ich einen Deutschkurs absolvieren und ein B1-Zertifikat bekommen. Ich würde gerne eine Ausbildung zur Lehrerin machen und später in einer Schule arbeiten. Ich würde gerne eine Ausbildung zur Lehrerin machen und später in einer Schule arbeiten. Ich habe hier Deutschkurse besucht. Am Anfang war alles sehr schwer. Aber dann habe ich die Sprache besser verstanden und ich habe Freundinnen gefunden. Ich fühle mich hier nicht fremd. Ich habe viele Freundinnen aus der Türkei hier in Deutschland gefunden. Mein Mann ist Professor. Er arbeitet an der Universität. Meine Muttersprache ist Türkisch. Ich spreche auch Englisch, ein bisschen Arabisch, und zurzeit lerne ich Deutsch. Ich reise gern, und ich war schon in Österreich, die Schweiz, Italien, und Spanien. Mein Lieblingsland ist Griechenland, weil es so warm und interessant ist. Mein Lieblingsland ist Griechenland, weil es so warm und interessant ist. Ich liebe Malen und Yoga, und ich treibe viel Sport. Ich sehe gern Fußball, und meine Lieblingsfußballmannschaft ist Real Madrid. Ich sehe gern Fußball, und meine Lieblingsfußballmannschaft ist Real Madrid. Ihr Sohn geht in den Kindergarten. Ihr Sohn geht in den Kindergarten. Was finden Sie dort gut, was gefällt Ihnen weniger? Mein Sohn geht in den öffentlichen Kindergarten. Mein Sohn geht in den öffentlichen Kindergarten. Da sind sehr viele Kinder. Sie haben einen schönen Garten. Wenn das Wetter gut ist, spielen die Kinder draußen. Sie haben einen schönen Garten. Wenn das Wetter gut ist, spielen die Kinder draußen. Mein Sohn geht gern in den Kindergarten, weil er dort neue Freunde gefunden hat. Und Luigi, bitte, erzählen Sie uns etwas über sich? Mein Name ist Luigi Alberto. Ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus Italien, aus Milano. In Italien gibt es viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel, der schiefe Turm von Pisa. Ich bin in Italien geboren, aber ich lebe seit zwei Jahren in Deutschland. Ich wohne seit 2020 in Berlin, in Spandau. Jetzt wohne ich mit meiner Frau und meinen Kindern in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Ich wohne seit 2020 in Berlin, in Spandau. Jetzt wohne ich mit meiner Frau und meinen Kindern in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Ich bin verheiratet und habe vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Ich bin verheiratet und habe vier Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne. Ich mag Kinder sehr. Dies ist sehr selten, wenn Sie eine italienische Familie mit vier Kindern finden. Ich bin Elektriker von Beruf. Momentan arbeite ich bei einer Putzfirma. Ich bin Elektriker von Beruf. Momentan arbeite ich bei einer Putzfirma. Ich möchte sehr schnell gut Deutsch lernen und gerne in meinem Beruf arbeiten. Wenn ich B1 bestehe, würde ich gerne eine Ausbildung zur Elektriker machen. Meine Frau arbeitet nicht, weil die Kinder noch zu klein sind. Manchmal hilft sie mir beim Putzen. Meine Frau arbeitet nicht, weil die Kinder noch zu klein sind. Manchmal hilft sie mir beim Putzen. Das Leben in Deutschland ist teuer. Unsere Miete ist sehr hoch. Wenn die Kinder größer sind, muss meine Frau auch wieder arbeiten. Das Leben in Deutschland ist teuer. Unsere Miete ist sehr hoch. Wenn die Kinder größer sind, muss meine Frau auch wieder arbeiten. Ich spreche natürlich Italienisch. Das ist ja meine Muttersprache. Außerdem spreche ich Englisch und ein bisschen Spanisch. Ich spreche natürlich Italienisch. Ich spreche natürlich Italienisch. Das ist ja meine Muttersprache. Außerdem spreche ich Englisch und ein bisschen Spanisch. Ich mag wandern, reisen, Kaffee, und Kuchen, und ich liebe FC Liverpool. Ich mag Wandern, Reisen, Kaffee, und Kuchen, und ich liebe FC Liverpool. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht den Kanal zu abonnieren, und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.